Was könnt ihr euch noch erzählen, bevor es dunkel wird? Und ihr hoffentlich alle dieses Buch habt, um es vorzulesen. Hochtes ist ein Buch für Kinder in Vorbereitung oder additiv zur Schule. Also um das Lesen und Schreiben zu lernen, aber es beinhaltet viel mehr. Es beinhaltet ein ganzes Märchenreich, das Buchstabenland. Und wie überall hat es dort Bösewichte und die Guten. Und was wäre ein Märchen ohne Hexe bitte? Schaut euch die Hexe an. Und natürlich das dazugehörige Hexenhabs. Das muss doch einfach sein. Schaut mal, wie süß das ausschaut. Ja, also, und diese Hexe ist aber eben eine gute. Und sie hilft dem Tim und dem Buchstabenmeister, dieses böse Teufelchen, das ja eigentlich sehr gefährlich ist fürs Buchstabenland, ausfindig zu machen. Und sie schaut dafür in eine Glaskugel und prophezeit ihm, wo er es finden kann. Ja, und wie es weitergeht, schaut es das nächste Video an. Vielen Dank. Vielen Dank.